Hi ihr Lieben, grüß euch. Ich habe ein neues Double Feature von mir, dem einzigen Kanal, der jeden Tag ein Video ballert. Jeden Tag ein Video von den bekanntesten, beliebtesten Spielen. Ja, ist leider so, viele haben es nicht verstanden, viele sehen es anscheinend nicht so. Bin da auch, was meine Performance allgemein betrifft, ein bisschen enttäuscht, weil ich ja andere auch beobachte und muss sagen, naja, was soll man sagen, Leute. Vergleicht einfach mal die Kanäle, die Spielvielfalt und hier geht es um Homespielerzocken bis zum Abwinken. So viel wie ich kann keiner spielen, nicht mal Moneymaker, weil ich habe es ja alles zu Hause. Aber egal, heute machen wir mal hier Elefantentag und zwar Elefants und Indian Ruby. So, wie Geld habe ich immer drin, ich habe es nicht vergessen rauszunehmen, unter dem laufenden Betrieb ist es immer schlecht, aber wir zocken trotzdem 80 und hoffen, dass es geht. Viel Spaß, Freunde. Ja, nachher werden noch ein paar Ballis nachdrehen, haben wir noch hier 83 Euro, was klickelt denn da? Na schön. 83 Euro auf dem Balli drauf, noch zwei, drei schöne Spiele, ein bisschen höher, 1 Euro als 50, mal schauen. Ja. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das heißt ja anders, wenn was geht, geht El Torero oder wie auch das genau? Oder die Sonne? Die Sonne geht auch mal. Ja Leute, nächstes Info. Ich habe jetzt doch mal ein schönes Video reingestellt, das ich hoffentlich alle angeschaut habe. Mit dem schönen Sonnenfürst. Sonnenfürst ist verkauft. Das 3.000 ist noch da. Jetzt geht der Merkur 5.000. Da gibt es auch bald ein Verkaufsvideo. Der geht jetzt auch bald in den Verkauf. Könnt ihr euch anschauen. Merkur 5.000. Schaut da das Gerät. Taco wie immer bei mir. Hier. Ui. Beispiel auch hier. Ne schade. Mach ich im nächsten Video. Wenn die Datenbank da ist, wird das Gerät in Stand gesetzt. Das macht jeder. Ich bin bereit. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, jetzt sollten wir nochmal was kriegen, Leute, weil ansonsten müssen wir nämlich break. Oh, wow. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So Leute, dann machen wir einen kurzen Break, da haben wir einen schönen Gewinn geholt, war ganz okay. Elefants ist wieder auf dem gleichen Stand wie Anfang. Ja, lasst mal ein Abo oder liked meine Videos, schlagt in die Kommentare Wünsche rein und ich mache ein Barry Video. Wir sehen uns, Freunde.